Hallihallo, wir sind aktuell dabei, unser neues Traverse-Lager einzuräumen. Ihr habt ja vielleicht die Tage gesehen, wir haben einen Durchbruch gemacht vom bestehenden Lager in einen neuen Bereich. Der neue Bereich wird genutzt, um das ganze Traverse-Material einzuräumen. Da sind wir jetzt auch noch dabei, da sieht man noch, dass wir aktuell noch Platz haben in den Regalen. Da kommt noch schwarzes Traverse-Material rein. Wenn ihr mal im Hintergrund schaut, wir haben unterschiedlichste Traversen, ein Punkt, zwei Punkt, drei Punkt, vier Punkt, 30 Grad Rass, 40 Grad Rass, da ist 30, 40 Grad Rass dabei. Wirklich ganz unterschiedliches Material. Wer generell mal Interesse hat, mal bei uns reinzuschauen, dass er mal sieht, was so im Hintergrund alles abgeht, meldet euch. Wir freuen uns, wenn wir Besuch bekommen. Wir sehen uns. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Wir sehen uns.